primärbiliäre cholangitis pbc die primärbiliäre cholangitis pbc früher auch primärbiliäre zirrhose genannt ist eine chronisch verlaufende autoimmunkrankheit die gallengänge in der leber sind bei dieser krankheit entzündet und verengen sich dadurch kommt es zu einem gallenstau der gallenstau wiederum führt dazu dass die entzündung auf das lebergewebe übergreift und es zerstört so entsteht unbehandelt nach etwa zehn bis zwölf jahren eine leberzirrhose pbc ist eine erkrankung die vor allem bei frauen vorkommt etwa 90 prozent der betroffenen sind weiblichen geschlechts die primärbiliäre cholangitis bricht meist zwischen dem 40 und 60 lebensjahr aus symptome bei primärbiliäre cholangitis juckreiz ist ein symptom der primärbiliären cholangitis das meist im frühstadium der erkrankung auftritt später kommen müdigkeit gelenkbeschwerden verdauungsstörungen und gelbsucht hinzu die leber und die milz sind vergrößert bei etwa 20 prozent der betroffenen treten gelbgraue warzenartige fettablagerungen unter der haut auf die sich bobenförmig um die augen anordnen sogenannte xanthalasmen blutuntersuchung zur diagnostik um die diagnose primärbiliäre cholangitis stellen zu können müssen verschiedene blutwerte gemessen werden beispielsweise die transaminasen gpt und got sowie die alkalische phosphatase ap außerdem weisen erhöhte werte für immunglobulin m und antimitochondriale antikörper amma auf die primärbiliäre cholangitis hin amma sind antikörper die gegen eiweißverbindungen in den laborzellen gerichtet sind der bilirubin wert ist anfangs meist noch nicht erhöht steigt aber im krankheitsverlauf und kann somit zur verlaufskontrolle gemessen werden des weiteren helfen verschiedene bildgebende verfahren bei der diagnostik mit ultraschall kann beispielsweise ein außerhalb der leber bestehender gallen stauch als ursache für die symptome ausgeschlossen werden um die gallen gänge genau zu untersuchen wird die endoskopische retrograde cholangiopankreatikographie eingesetzt bei dieser untersuchung wird röntgenkontrastmittel entgegen der normalen flussrichtung retrograd vom dünndarm in die gallen gänge injiziert anschließende röntgenaufnahmen zeigen die gallen gänge die gallenblase und den pankreas gang immunsuppressiv therapie hilft nicht bei primärbiliäre cholangitis obwohl die primärbiliäre cholangitis eine autoimmunerkrankung ist wirken immunsuppressiva also medikamente die das immunsystem hemmen nicht das mittel der wahl ist ausodioxideoxycholsäure eine natürliche gallensäure wird k regelmäßig eingenommen verbessern sich die leberfunktion und die laborwerte der betroffenen bei etwa einem drittel wird die gallen säure so gut dass die symptome verschwinden und die entzündlichen veränderungen in der leber langfristig abnehmen eine heilung ist jedoch nicht möglich ein symptom der primärbiliären cholangitis sind verdauungsstörungen deshalb ist es bei der therapie auch wichtig einen eventuell entstehenden vitaminmangel auszugleichen osteoporose vorzubeugen und fett spalten der enzyme so genannte lipasen zu den mahlzeiten einzunehmen außerdem ist eine fettarme ernährung empfehlenswert